Im Sommer brodelte die Gerüchteküche rund um Borussia Mönchengladbach, vor allem in Bezug auf mögliche Verstärkungen für die Defensive. Nach einer Saison, in der die Abwehr nicht immer sattelfest wirkte, wurden Spieler wie Bernardo vom VfL Bochum oder Kevin Dix vom FC Kopenhagen intensiv diskutiert. Doch trotz der Spekulationen blieb es überraschend ruhig, zumindest bis zum Deadline-D. Der Verkauf von Menuh Cornet zur S. Rom brachte Borussia satte 20 Millionen Euro ein. Viele Fans erwarteten, dass dieses Geld direkt in dringend benötigte Verstärkungen investiert wird. Doch überraschenderweise blieb ein Transfer aus. Die Frage, die sich seither stellt, wo ist das Kone-Geld geblieben? Eine mögliche Antwort liegt in der Transferpolitik des Vereins. Mit den Verpflichtungen von Tim Kleindienst und Philipp Sander hatten die Verantwortlichen bereits im Sommer gehandelt, offenbar auf Pump. Für die beiden Spieler flossen zusammen etwa 8 Millionen Euro. Ein Teil der Kone-Einnahmen dürfte also zur Deckung dieser Kosten verwendet worden sein. Doch was bleibt übrig? Laut einem Bericht der BILD stehen den Fohlen für den bevorstehenden Wintertransfermarkt rund 4 Millionen Euro zur Verfügung. In der heutigen Fußballwelt ist das eine vergleichsweise kleine Summe, die vor allem im Winter, wenn der Markt begrenzt und teuer ist, nur eingeschränkte Möglichkeiten bietet. Sportdirektor Roland Wirkus hatte nach dem 4 zu 1 Sieg gegen Werder Bremen deutlich gemacht. Wahrscheinlich können wir im Winter wieder nichts machen. Diese Aussage sorgte für Irritationen. Wenn tatsächlich ein kleiner finanzieller Spielraum besteht, warum zeigt sich der Verein so zurückhaltend? Mit 4 Millionen Euro könnten kleinere Transfer- oder Leihgeschäfte durchaus realistisch sein. Insbesondere wenn der Fokus auf jungen Talenten oder Spielern mit Entwicklungspotenzial liegt. Doch es bleibt fraglich, ob solche Verpflichtungen die bestehenden Schwächen im Gladbacher Kader nachhaltig beheben können. Die Fans erwarten Antworten, insbesondere nach den gemischten Leistungen in der bisherigen Saison. Ein gezielter Transfer im Januar könnte nicht nur das Team verstärken, sondern auch das Vertrauen in die Vereinsführung wiederherstellen. Die Frage, die sich stellt, sollte Borussia Mönchengladbach das vorhandene Budget für einen Transfer nutzen oder wäre es klüger, auf langfristige Stabilität zu setzen? Was denkst du über die Situation? Sollte Gladbach im Winter auf dem Transfermarkt aktiv werden? Und wenn ja, welche Positionen müssten dringend verstärkt werden? Teile deine Meinung in den Kommentaren. Sollte Gladbach im Winter auf dem Transfermarkt aktiv werden? Untertitelung des ZDF, 2020